hallo und herzlich willkommen bei monaco deluxe ein jahr monaco deluxe dank euch wir feiern zum jahresende feiern wir nicht nur den start ins neue jahr 2016 sondern blicken auch zurück auf ein super geiles 2015 dank euch im januar 2015 haben wir in unserem blog monaco deluxe gestartet und haben ab und zu nebenbei ein paar videos hier auf youtube hochgeladen und schon im sommer juni juni fingen wir an regelmäßig videos für euch zu machen ja hammer über 400 abonnenten fast 50.000 klicks auf dem channel dank euch ihr seid super bitte weiter so abonniert uns teilt uns schaut uns weiter an erzählt euren freunden von uns das würde uns richtig freude machen auf dem blog haben wir täglich bis zu 1000 besucher im monat zwischen 20 und 35.000 besucher im jahr sind das fast 40.000 bis zu 400.000 besucher gewesen mein gott ich komme mit der nullen ganz durcheinander der hammer ich bin super dankbar meine kollegen kolumnisten auch und zwei unserer kolumnisten haben natürlich auch eine kleine video botschaft für euch hi ich bin max von max im monaco ich wünsche euch einen guten rutsch ins jahr 2016 und hoffe wir sehen uns auch nächstes jahr wieder bei meiner kolumne max im monaco auf monaco deluxe hallo ich bin janett und ich hatte die ehre dieses jahr mit monaco deluxe unterwegs sein zu dürfen auf events ich habe promis interviewt war auf vielen tollen partys mit euch als reporterin unterwegs es hat super spaß gemacht und natürlich stehe ich monaco deluxe auch im nächsten jahr wieder zur verfügung in der zwischenzeit würde ich mich freuen wenn ihr auch bei mir vorbeischaut denn auch ich habe einen video blog unter genies blog gebe ich euch tipps in sachen fashion to go und zeige euch beauty tutorials auf ein weiteres jahr monaco deluxe alles gut gemacht ich bin ein fan bis bald eure janett ja ihr seht wir sind für euch da ich hoffe ihr auch weiterhin für uns wir wünschen euch vor ganz im monaco deluxe team ein gutes neues jahr ein super start ins 2016 lasst die karten knallen feiert so richtig auch das programm hier auf monaco deluxe wird sich ein bisschen verändern montag bleibt natürlich unser happy monday tolle gewinnspiele für euch die wir organisiert haben und ganz neu ist der private friday immer freitags gibt es in zukunft private tipps von mir rezepte haushalts alltagstipps lasst euch überraschen und wir sehen uns demnächst bei einer neuen folge von monaco deluxe das war wieder eine folge von monaco deluxe schön dass ihr eingeschaltet habt hier habe ich euch das video vom letzten mal verlinkt und vergesst nicht mitten auf den button zu klicken um uns zu abonnieren um keine weitere folge zu verpassen und folgt uns auf facebook twitter und instagram ganz frei wurde habe ich mir überlegt dass es eigentlich sehr schade wäre weil hier sollte eine bank oder beziehungsweise den schlecker reinkommen und habe ich gesagt weil ich gehöre zum hotel opera was hier nur wenige schritte weg ist das wäre gar nicht gut und dann sagt okay mal hat